Sollten wir eigentlich nicht machen, aber okay. Schnauze. Joa, hast du Ausführungen. Joa, einfach, einfach blind. Einfach blind ballern. Oh, jetzt erst mal ein paar Weinflaschen. Oh. 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 Oh, die Anna wieder. Oh, eine ganz feine Note, Anna. Jetzt, warte. Ich geb dir Feuerschutz und du rennst mal. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt das kann. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub mal kurz nach. Okay, kannst weiter. Ich glaub das klappt nicht. Nee. Kommst du da links lang? Was sagst du? Was sagst du? Warte kurz. Ich lade nach und dann... Versuch mal... Längst du ab und du rennst los und geht nach links. Okay. Okay. Kommst du da weiter? Warte. Ja. Wunderbar. Wer... Ja. Wunderbar. Los. Oh. Achso. Oha. Gewaltiges Ding. Schönen Feuerball, Junge. Das gab nen Bums. Tja, da hat er sich erst rocken. Ich hör's auch, wie sie sich freut. Ich hör's auch, wie sie sich freut im Hintergrund. Oh, jetzt wird's spannend. Ich werd mal einen Flugball machen. Leo, get down! I'm on it! Oh, doch nicht! Oh, das krieg ich nur unter den Balken hier. als wir hier in whirlpool die mussten treffen ja wie sagt die entfernen wir das schrot muss herangehen die besten besten momente ja das macht auch dafür daraus bestimmte 1 ok Du bist was für Scarfeste. So Ding hab ich auch zu Hause. Wir hätten die andere Waffe behalten sollen, Scheiße. Ich bin wieder zurückgeklar. Ich habe ihn rausgeklar. Ich bin wieder weggeklar. Ich werde ihn zu Hause. Junge, kannst du vier, fünfmal schießen ey. Ja, ja, vier Planung, wie gesagt. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Nur. Ist ja nichts. Ist ja nichts. Achso, ich bin verschoben. Jawoll. Warum auch nicht? Übrigens ist das erstmal nur das Spiel. Nächste Woche machen wir das in RL, auf jeden Fall nochmal, ne? Streamen wir auch dann. Ja, ja. Das können wir so. Hier you go. Wer will? Wer will? Wer will nochmal eine kleine Spende für den Meister? Äh, Vincent Nertzig, Vincent Zwick, lass mal Leo machen wieder. Ja. Ist das Leo, der so schnieft? Am Samstag schon? Am Samstag Vorbereitungen, auf jeden Fall. Bei der Nase. Bei der Nase hier. Machen wir das aber als Fax RL, ne? Ja. Ja, ja, klar. Und Chris fliegt. Ich mag das Move-It-Move-It. Oh-oh. 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 Das war's. Warte, ich stoße ihn hier hin und dann... Oh, jetzt. jetzt bin halt ja jetzt mal springt ja nicht schlecht wie die Patronen da auch rumliegen oh Motorräder oh oh ok gut oh doch nicht gut oh ich hab das rote das sehe ich mich auf jeden fall nicht drin ich bremse wenn die hinter mir schießen ok Auto lässt sich besser fahren ich glaube die Treffen nicht das sehe ich mich auf jeden Fall wo willst du denn hinten ja genau alles wie sie explodiert er ist das Ateam oder was? die Corporate ist wieder übertrieben hier jetzt hat er keine Höhenausgaben oder was? wo sie jetzt die Knarren haben sie jetzt verloren, vergessen das ist beides so ein bisschen heute von jeden alter war schon mal gesehen aber ich glaube ich bin tot gleich ihr habt den finger nicht haben und gehört er ist noch eingefahren das wird zwar gestorben was ist bei dir los ich hänge hier ein bisschen fest magst du mich mal mit dem ich weiß nicht genau da aus der hose gezogen ja auf der nase hat das richtig gezogen gerade fahren treffe ich auch ok da ist ein fluchtzeug er hat es explodiert das war ein küber fluchtzeug das aber zweimal wissen sie sich jetzt noch oder nicht was was hat die Pips Ja, wirklich. Ach so, dann kannst du schreiben. Eben gerade schnell gelernt. Ja, dann haben wir es wohl, was? Was sagt er? Dann haben wir es ja. Harvey ist tot. Ja, was soll denn jetzt noch sonst kommen, ne? Ja. Hier wird nicht geschossen. Ja, eine schöne Kussszene und dann... Ja. Koste vor die Hose auf, geht jetzt zu Ende. Weiter teil, away in. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber wir haben das erledigt, was wir erledigen wollten. Ja, jetzt kommt wieder in den Knoß. Das ist ja mal nicht falsch, das ist ja nicht schlecht. Und sie auch. Ach, sie gehört dazu, wa? Sie hat uns verarscht. Verspannt, man. Hm. Du hast uns verarscht, ey, mich verarscht. Gott. Gott. Fuh. Amen. Du kannst mir vertrauen. Here you go. What do you think? Huh. Sevier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Alright. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go, go, go! Secure the area! Move in! No. No! No! Gary! Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! No! Stay with me! Please! I'm sorry! Please! Somebody call an ambulance! Now! Toot! No! That doesn't you do anymore. You're listening to Leo. Bis zum nächsten Mal.